Zum Beispiel Yumi und Azir sind überarbeitet worden. Dann gibt es Änderungen, die scheinbar den Jungle betreffen. Und Änderungen an Aram. Aber Änderungen an Aram sind mir eh egal eigentlich. Also Aram spiele ich zwar auch oft, aber das ist ja nur Fun. Was da so abgeht, ist eigentlich wirklich egal. Scheinbar gibt es da keine Towerplates mehr zu holen jetzt. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Yumi, was ist denn bei Yumi falsch gelaufen? Bekommt ein paar neue Fähigkeiten. Wirklich, neue Fähigkeiten? Okay, sie sind aufgrund Probleme zu beseitigen, die unsere Katzenfreundin geplagt haben. Die größte Änderung betrifft ihr passiv-flauschige Freundschaft, mit dem sie nun eine besondere Bindung zu ihren Teamkameraden aufbaut, bis einer von ihnen ihr bester Freund wird. Dieser neue beste Freund verbessert Yumi's Fähigkeiten, solange sie ihn begleitet. Unser Ziel ist es, Yumi's Anfangsphase bedeutsamer zu machen. Vor allem, wenn sie genauso gut skalieren soll wie andere Verzauberer, während sie nicht anvisiert werden kann. Wir haben uns für eine dynamische, wachsende Bindung entschieden, weil Katzen eben so sind. Aber auch, weil du die Freiheit haben sollst, im Falle von unvorgesehenen Wendungen zu tauschen, um nicht das ganze Spiel über zurückgehalten zu werden. Okay, aber ist es nicht genau umgekehrt? Also wenn ich jetzt eine passive, feste Bindung zu einem bestimmten Spieler aufbaue, dann kann ich ja eben nicht mehr zwischen anderen hin und her tauschen, weil ich habe ja meine besseren Fähigkeiten nur auf dem einen Spieler. Also so ganz verstehe ich es nicht. Neben ihrem Passiv haben wir auch Yumi's Fähigkeiten etwas abgeändert, damit ihre Heilung eher kampfabhängig ist und ihre Verzauberungen mehr auf Schützen abzielen. Dies soll einige der äußerst frustrierenden Momente abmildern, in denen Yumi ihren Lane-Partner verlässt und mächtigen Kämpfern folgt. Ja, aber das ist ja gerade der Punkt. Also wenn Yumi zum Beispiel sieht, da ist ein fetter Kane oder ein fetter Twitch irgendwo, dann ist es halt total gut, wenn sie auf den drauf geht. Und wir sind uns zwar nicht sicher, ob damit alle Probleme von Yumi gelöst sind, aber wir hoffen, dass sie dadurch für die meisten Spieler besser aufgestellt ist und im Profispiel weniger dominant ist. Ah, im Profispiel weniger dominant ist, also so ganz checke ich es nicht. Sie wollen Yumi für Profispiele besser machen und dann schreiben sie, damit sie weniger dominant sein soll im Profispiel. Okay, wir gucken mal. Passive Fähigkeit, flauschige Freundschaft, neu, Grundwert für Rüstung. Wenn Yumi's Fähigkeiten oder Angriffe Champions treffen, heilt sie sich selbst und lädt eine Heilung für ihre Verbündeten auf. Wenn sie innerhalb der nächsten vier Sekunden einen Verbündeten begleitet, bringt sie die Heilung auch zu ihrem Verbündeten. Während sie einen Verbündeten begleitet, tritt dieser Effekt automatisch ein. Okay, also wenn ein Spell trifft oder so, dann heilt sie sich und den Verbündeten. Aber was hat das jetzt mit dem Grundwert der Rüstung zu tun? Freunde finden, wenn Yumi einen Verbündeten begleitet, wird ihre Freundschaft gesteigert. Wenn ihr Verbündeter gegnerische Champions und Vasallen tötet. Jeder Verbündete hat seine eigene Freundschaftswertung, während sie ihren besten Freund begleitet, erhalten Yumis Fähigkeiten zusätzliche Effekte. Abklingzeit 20 bis 10 Sekunden, also weniger Abklingzeit. Heilbetrag wird gesteigert und ihre Angriffsreichweite wird um 50 erhöht. Okay. Ja gut, äh... Kuh, pischende Projektile. Beschreibung der Fähigkeit. Yumi feuert ein Geschoss ab. Das sind erst getroffenen Gegner verlangsamen. Wenn Yumi die Fähigkeit aktiviert, während sie einen Verbündeten begleitet, kann sie das Geschoss kurzzeitig kontrollieren, bevor es verstärkt und stark beschleunigt wird und Gegner um einen höheren Betrag verlangsamen. Okay, also es fliegt erst langsam an und wird dann immer stärker. Oder schneller und stärker. So, bester Freund Bonus. Die Verlangsamung dieser Fähigkeit ist immer verstärkt und Treffer an gegnerischen Champions während Yumi's Verbündeten zu dem 5 Sekunden lang Fähigkeitsstärke oder Trefferschaden. Ah ja, okay. Abhängig von der kritischen Trefferschance ihres Verbündeten erhöht sich der Schaden um bis zu 75%. Okay, also sie bufft jetzt auch den Damage, ähm, den dann, ja, der Freund macht, sag ich jetzt mal, auf dem sie sitzt, ne? Ähm, Abkringzeitverringerung, Mana-Kosten wurden Schaden skaliert in dem... Also plus 20 Fähigkeitsstärke. Hm, das ist aber schon viel, würde man sagen. Also 210 Grundschaden. Für wie lang? Für 5 Sekunden macht er dann 210 mehr Damage plus 20% Fähigkeitsstärke. Oh, das ist viel, finde ich, ey. Dann verlangsamt das noch für 20, äh, für eine Sekunde 20%. Verstärkt der Schaden am besten Freund. Holy Moly. 5 Sekunden 380 mehr Damage. Boah. Also das, wenn auf so einer Tristana oder auf irgendwas, äh, angeht, dann hast du hier 380 plus 35 Fähigkeitsstärke. Äh, was hat so eine Jumi am Ende? 400 Fähigkeitsstärke, 300 Fähigkeitsstärke. Da kannst du dann nochmal irgendwie so 150 draufrechnen. Dann hast du da über 500 Damage. Was? What the fuck? Alter, das hört sich für mich echt viel an. Also, wenn so ein Auto-Attack statt, äh, 500 Damage 1000 Damage macht. Boah. Wow. Wow, 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 wow. Er ist heftig meiner Meinung nach. Augen wie eine Katze ist neu. Wenn du einen Gegner mit Jumi's Q triffst, wird er jetzt aufgedeckt. Äh, Hinweise getarnte Einheiten werden dadurch nicht aufgedeckt. Okay, also getarnte Einheiten heißt so viel wie, ähm, Fallen, oder ist damit wirklich, sind damit auch getarnte Champions gemeint? Also, macht ja dann gar keinen Sinn. Also, wenn ich zum Beispiel einen, äh, unsichtbaren Shako damit treffe, dann wird der doch aufgedeckt, oder? Seine Boxen werden nicht aufgedeckt oder Fallen oder Pilze werden nicht aufgedeckt, wahrscheinlich. Äh, entfernt. Zusätzlich adaptive Kraft Jumi und der Verbündete, den sie begleitet, erhalten nicht länger zusätzliche Werte für adaptive Kraft. Ähm, und Jumi's W zählt nicht länger als positiver Effekt. Schildauslösung für Benefitbeschwörung. Äh, bester Freund Bonus Jumi. Er hält zusätzlich sehr viel Schildkraft. Okay. Heilung bei Betreffern noch. Also, das W, das, äh, macht jetzt nicht mehr so. Okay. Ich glaube, den Champion muss man mal spielen, damit man das alles versteht. Oh. Tauscher Heilung gegen Schilde. Verbündete halten jetzt Schilde statt Heilung. Okay. Ähm, Jumi entfesselt 3,5 Sekunden lang 5 magische Wellen, die auf Gegner und Verbündete wirken. Wenn Jumi jemand begleitet, können die Wellen mit dem Mauszeiger gesteuert werden. Okay, die können jetzt auch noch gesteuert werden. Vorher war das ja anders. Verbündete Champions werden Wellen geheilt. Die Heilung wird bei ihrem besten Freund um 130% erhöht. Okay. Aber der beste Freund steht ja da sowieso drin, oder? Jegliche überschüssige Heilung wird in der Schild umgewandelt. Er nicht gerne 3 Sekunden lang bestehen bleibt. Die Wellen fügen allen Gegnern Schaden zu und belegen sie mit einer steigerbaren Verlangsamung. Okay. Du wirst jetzt nicht mehr gestunnt, aber du wirst jetzt immer weiter geslouht. Arthrox. Okay, was ist denn bei Arthrox falsch gewesen? Der war, glaube ich, also die Win-Rot von Arthrox war auf jeden Fall schlecht. Arthrox wurde als Reaktion auf seine Dominanz in der letzten Saison etwas zu stark abgeschwächt, ja. Wir hatten das Gefühl, dass sein Q und sein E in ihrer Stärke relativ begrenzt waren und wollten diese Fähigkeit wieder verstärken. Nicht wieder verstärken. Stärker machen. Also haben wir uns für eine bessere Skalierung von W im späten Spiel entschieden. Also W ist irgendwie so, weiß ich nicht, das Letzte, was ich irgendwie an Arthrox gebufft hätte, glaube ich. Also die W-Abklingzeit wurde reduziert und die Verlangsamung wurde erhöht. Außerdem wurde der Angriff, der zusätzliche Angriffsschaden im Late Game um 5% erhöht. Von R, okay. Weiß ich nicht. Ashi ist ein cooler Champion für die Solo-Rangliste und sowohl als AD Carry als auch Supporter unabhängig von der MMR-Ausbalancier. Es übertrumpft sie im Moment alle Supporter im Profibereich und ihre Bandrate steigt auch in der Solo-Rangliste Rapide. Okay. Wurde ein bisschen abgeschwächt. What? Wurde doch nicht abgeschwächt. Das ist doch verbessert. Wir führen daher einige Abschwächungen an Ashi durch als AD Carry wieder ein. Also das soll eine Abschwächung sein, wenn sie die Mana-Kosten reduziert bekommt. Und die Dauer erhöht wird. Okay. Also das ist schon mal keine Abschwächung, sondern ein Buff auf dem Q. Ist ein Buff. Also Q ist quasi der Autor-Tag, ja. Normaler Schaden. Okay. Da wurde 10 Schaden abgespächt von der W-Salve. Einfach nur 10 Schaden wurde da weggenommen. Und der verzauberte Pfeil hat jetzt eine höhere Abkling-Zeit im Early-Game. Aber im Late-Game ist sie noch genauso. So Asol hat mit seiner Gameplay-Aktualisierung einen starken Eindruck hinterlassen und wir freuen uns, dass so viele Spieler ihn mit Begeisterung ausprobiert haben. Während er auf den höheren Spielniveaus relativ gut dasteht, ist seine Leistung auf den unteren Spielniveaus etwas zu stark. Die Abschwächungen sollen seine Macht ein kleines bisschen einschränken. Ja, also das muss auf jeden Fall noch mehr, da muss noch mehr kommen. Lebenssteigerung, okay, Rüstungssteigerung wurde, also er wurde ein bisschen weicher gemacht, dass man den noch ein bisschen schneller killen kann. Und Kuh, okay, die Kuh-Explosion, das ist quasi dieser Feueratem. wurde aber 5% Fähigkeitsstärke weggenommen. Das war's. Also so ein richtig krasser Nerf ist das meiner Meinung nicht. Ja, er ist ein ganz kleines bisschen weicher gemacht worden und er verliert 5% Fähigkeitsstärke auf seinem Kuh. also ja, so Asir ist ein ziemlich krasser und er macht Spaß ihm zuzuschauen, aber die Mehrheit der Spieler sogar in der Herausfordererklasse erzielt mit ihm nicht die entsprechenden Erfolge. Die Grundgedanken für diese Änderung sind folgende. Erstens schwächen wir ihn im frühen Spiel ab und geben ihn einen Ausgleich im späten Spiel. Zweitens bringen wir ihn in frühen Kurzangriff mit seinem Kuh und Merkwürdigen Soldaten Spammen ab und erhöhen allgemein seinen Schaden pro Sekunde. Drittens aktualisieren wir seine Grundwerte um Nashas wieder zu einer brauchbaren Option zu machen. Viertens verbessern wir Werkzeuge die vor allem unerfahrenen unerfahrenen Asiens mehr Schaden durch normale Angriffe für den Fall dass seine Soldaten nicht in Reichweite sind und ein stärkerer Turm durch seine Passiv der zudem öfter verfügbar ist damit Shurimas Erbe ihn schützen kann. Hört sich ganz cool an Grundwert für Leben okay sie haben ihm mehr Leben gegeben mehr Rüstung gegeben Mana dafür reduziert Mana Steigerung erhöht Angriffsschaden okay das ist ganz schön viel Grundangriffstempo ist normal Angriffstempo Aktualisierung und Angriffstempo Erhöhung okay er macht er ist auf jeden Fall gut Shurimas Erbe okay der Turm hält jetzt nur noch 30 Sekunden oh löst nun Asiens Zauber Effekt als Einzelziel Zauber aus okay also sowas wie Ludens Echo oder was oh okay sie hat mehr Leben bekommen mehr Rüstung mehr Magieresistenz und die Abklingzeit wurde halbiert okay die Abklingzeit ist halbiert aber auch die Dauer ist halbiert also ja man kann es zwar jetzt öfter machen aber der Turm hält dann auch halt nur noch 30 Sekunden ist halt auch nicht so lang aber ja es ist auf jeden Fall es wird ein bisschen flexibler das stimmt schon so an sich haben wir hier wieder ja einen kleinen Buff okay und das Angriffstempo wenn er drei Soldaten hat wurde auch entfernt sowas haben wir hier Caitlyn Spürnase sein zu erkennen dass Caitlyn im Moment die Königin der ADC ADC ist so ist sie etwas leichter zu töten okay okay Rüstung wurde weggenommen und der Grundangriffsschaden ein kleines bisschen weggenommen es ist aber auch nicht wirklich ein Nerf äh Fiss hat in der Saison keinen festen Halt gefunden okay der wird ein bisschen gebufft ja sie buffen ein kleines bisschen er stellt mehr Mana wieder her mit dem W und sein E macht ja 10 mehr 10 mehr Grundschaden kriegt das E äh was ist bei ihm so los Gangler befindet sich derzeit in den Top 25% der Champions im Bereich Einbruch der Siegesrate durch weniger erfahrene Spiele die es versuchen und scheitern ja gut es ist halt ein Champion den man halt üben muss mit den Fässern und so ne okay der wird jetzt gebufft oder was zusätzlicher absoluter Schaden für die passive Fähigkeit wird nö der ist wurde genervt okay Pulverfass neu alle Spieler können nun die Anzahl der Fässer die Gangplank zur Verfügung hat unter seiner Mana Leiste sehen ah okay wieder Aufleitungsrate der Fässer das ist schon also das ist ein Nerf wenn die Fässer jetzt immer 18 Sekunden wieder Aufleitungsrate haben statt zum Schluss 14 Sekunden ich find's gut weil der war schon stark der Gangplank wenn den einer spielen konnte aber klar wenn man den nicht spielen kann dann ist man auch nicht gut wie mit jedem anderen Champion halt einfach auch aber das find ich gut damit man jetzt die Anzahl der Aufladungen sieht welche er noch hat und dann weiß man genau okay er hat jetzt dann Fass gestellt aber er hat jetzt kein weiteres mehr ich kann ich kann auf ihn engagen oder ich kann den Minion last hiten oder sonst irgendwas Chicks ist aufgrund der Änderungen hinsichtlich Klinge der Unendlichkeit oder Hassklinge der Novari als zweiter Kauf noch nicht so richtig in Fahrt gekommen und ihre Stärke reicht nicht ganz ein bisschen mehr Schwung geben okay sie kriegt ein bisschen mehr Schwung Angriffstempo okay sie kriegt mehr Angriffstempo Mana Kosten für W wurden reduziert Verlangsamung wurde erhöht und okay Schadensgrenze gegen Monster ja ist für einen Barringstil oder für einen Drake nicht schlecht Canon Erschwert seinen Farmen besonders unter einem Turm dass Spieler die Champions erlernen und erfolgreich spielen wir wollen Canon Anzeige für seinen W geben um die Reichweite zu verdeutlichen in der Canon gegnerische Champions treffen kann wenn sie markiert sind okay er kriegt eine Anzeige eine optische Anzeige wann er quasi sein W benutzen kann in welchem Radius wenn der Gegner markiert ist Abklingzeit wurde reduziert von Q und der Schaden wurde ein kleines bisschen erhöht obwohl der wurde schon gut erhöht okay das ist das Visuelle und eine Modifikate für Vasallen wurde erhöht also von einem E was den Canon beschleunigt Leblanc hatte schon immer Probleme mit dem Spagat zwischen Beseitigen von Vasallen und ihrer Stärke als Assassine in der Solo-Rangliste weist sie eine der höchsten durchschnittlichen Kill-Raten auf verzeichnet aber auch eine der niedrigsten durchschnittlichen Raten an Vasallen Kills das bedeutet dass Spieler die mit normalen Angriffen perfekte letzte Treffer erzielen können und ihr W für Schlagab Porsche sparen einen viel größeren Macht Sprung im Vergleich zu anderen Champions erfahren das führt dazu dass Leblanc nicht gerade der stärkste Champion ist wir möchten ihre Leistungskurve glätten die war doch stark genug damit Leblanc Spieler die ein paar garantierte letzte Treffer erzielen wollen eine kurze Abkriegzeit opfern müssen ohne ihren Mana Vorrat und den Druck auf der Lane zu verlieren verstehe ich jetzt nicht so ganz weil ich fand sie eigentlich schon stark okay also Leblanc ist ist ein wenig genervt worden also sein Life Rack ist genervt worden sein Angriffstempo ist leicht erhöht worden okay Abklingzeit verringert auf Q Mana verringert okay ich glaube Pantheon ist noch so ein Kandidat den man sich mal auf der Top Lane anschauen kann jetzt mittlerweile der war eh schon gut jetzt hat er noch Angriffstempo dazubekommen ähm außerdem Abklingzeit Reduzierung auf seinem Q Mana Kosten wurden reduziert und die Vorbereitungszeit wurde auch nochmal runtergesetzt also der ist komplett durchgebufft worden warum und hier auf dem E ist die Abklingzeit aber erhöht worden okay naja Qiana ähm wurde gebufft also Q wurde gebufft Abklingzeit wurde verringert von ihrem E Rammus wurde genervt ja Rammus wurde genervt also Q wurde genervt also die Rolle wurde genervt und der Steigerung des Angriffs Schadens wurde auch genervt Verringerung der Magieresistenz der wurde ein kleines bisschen angehoben Samira okay die Lauftempo Steigerung wurde genervt oh Trindamer wurde ein bisschen gebufft also Pantheon kann man sich mal anschauen Trindamer kann man sich mal anschauen Magischer Schaden okay das ist gut Twitch wurde ein kleines bisschen genervt finde ich gut ähm Zaya normaler Schaden hier 95 wurde auch ein kleines bisschen genervt und die Abklingzeit erhöht Yorick oh was ist denn mit meinem Champion passiert in diesem Patch schwächen wir Yoricks kaum interaktive ich mach alles mit ghoulen platt Spielweise ab damit man von Tödlichkeitsfaktor Builds nicht länger durch einen einzigen Treffer mit E ausgeschaltet werden kann dies soll die Gesamtstärke dieser frustrierenden Spielweise verringern aber wir werden ein Auge darauf haben dass Yorick nach diesen Änderungen nicht völlig untergeht what zusätzlicher Schaden durch ghoulen von 40% auf 30% okay das finde ich nicht gut das finde ich nicht gut also 10% mehr Damage von den ghoulen ist auf jeden Fall ein krasser Nerf okay was ist mit ihm passiert er hat weniger magieresistenzen seine Abbiegzeit von E wurde verringert so dschungeländerungen überfälle des gegnerischen dschungels wir haben damit experimentiert dass jungler in ihrem eigenen dschungel vorteile haben um frühe überfälle des gegnerischen dschungels zu verhindern dschungels des gegnerischen dschunglers meinen sie oder damit neuere dschungler nicht von der ersten minute an dominiert werden frühes eindringen und stehlen gehören zu den miserabelsten erfahrungen in der rolle und tragen wesentlich dazu bei dass sich spieler nicht für den dschungel entscheiden ja ist okay allerdings sind die kosten für den rest des spiels in bezug auf die sicherheit vor frühen gangs und einige strategien auf höheren niveaus zu hoch also ziehen wir diese mechanik zurück wir sind froh dass wir das untersucht haben und es lohnt sich immer änderungen auszuprobieren die möglicherweise helfen können anstatt angst vor den möglichen nachteilen zu haben schaden im dschungler dschungler verursachen 20% mehr schaden an ihren eigenen lagern und kluft krabblern an allen gegnern äh an allen lagern also das wurde jetzt wieder geändert sehe ich das richtig also es wurde jetzt also es wurde ausprobiert ich habe das habe ich gar nicht mitbekommen dass man an den eigenen camps irgendwie 20% mehr damage macht und an den anderen irgendwie halt nicht und das wurde jetzt aber gemacht dass man wieder 20% mehr damage an allen macht wir haben das leckerbissen system in der vorsaison eingeführt was einen großen zufluss von gold in den dschungel bedeutete und den einzelnen lagern einiges an gold entzogen hat dadurch hat sich die metastark in richtung genker verschoben also geben wir den jump gibt mehr gold crux geben mehr gold also alle dschungel monster geben einfach mehr gold jungler können sich gegenüber ihren gegnern einen großen vorsprung beschaffen indem sie ihren bei gangs frühe lane erfahrungen rauben oder für tote verbündete vasallen wellen auffangen jungler die sich auf frühe gangs einlassen sollten im vergleich zu einem gegner der regelmäßig farmt an erfahrung einbüßen diese änderung soll dazu beitragen dies zu erreichen ok dschungelerfahrung 75% der gesamterfahrung 40-75% skaliert von 0-14 check ich jetzt nicht so ganz was es bedeuten soll ok sperlinse die sperlinse war ein sehr mächtiges werkzeug um sicht zu erlangen und gegner dazu zu zwingen auf nummer sicher zu gehen oder zu riskieren durch die gegner zu sterben diese abschwächung wird sich zwar eher im frühen spiel bemerkbar machen sollte aber auch als beitragende sicht kontrolle im gesamten spiel abzuschwächen ok die abklingzeit wurde um 30 sekunden erhöht im early game kosmischer antrieb wurde attraktiver gemacht für damage macht jetzt mehr damage gibt jetzt aber kein leben mehr dazu sondern nur noch damage ok ein normaler angriff auf die ninja tabis ist ein normaler angriff ist ein normaler angriff beschichtete stahlkappen sucht nun bei allen normalen angriffen nach ihrer schadensverringerung nicht nur bei normalen angriffen die mit normaler angriff und nichts anderem gekennzeichnet sind ok verstehe ich nicht so ganz umarmung des seraphinen ist geschwächt worden also genervt worden um klammerung der toten entfernt heilung in höhe eines prozentsatz des maximalen lebens das wurde entfernt what die heilung durch runen hat sich im laufe der zeit durch den durch haltevermögen patch im letzten jahr systemverbesserung wie die aktualisierung der tank gegenstände aus der vorsaison verbessert diese änderung zielen darauf ab die unsichtbare heilung die nicht von gegenständen kommt etwas zu verringern um klammerung der toten hat mit seiner heilkraft er kämpfen als tanks geholfen kämpfern als tanks geholfen und diese änderung zielt darauf ab die gesamtkraft der heilkomponente zu verringern und die steigerbaren tank werte zu erhöhen ja weiß ich nicht weiß ich nicht triumph diese änderung an triumph ist als netto abschwächung gedacht die die extrembereiche der rune abflacht was zu etwas mehr heilung führt wenn es weniger wichtig ist viel leben und zu etwas weniger heilung wenn es wichtiger ist wenig leben mit einem glatten schwellenwert bei ca 35% also heilung bei kills 10% des fehlenden lebens 2,5% des maximalen lebens und 5% des fehlenden lebens ja die rune ist sowieso immer ein bisschen komisch ne aber okay so das sind die aram anpassungen da wurden die türme entfernt ähm äußere türme neu sobald das spiel 12 minuten erreicht hat werden die rüstung des magier resistenz auf 40 gesetzt okay also es wird ein bisschen beschleunigt in aram okay soweit die patch notes ähm zum game was mich jetzt so gar nicht begeistert muss ich ehrlich sagen ist das mein guter yorik also ich würde nicht sagen komplett genervt tot genervt wurde aber naja ähm 10% weniger damage durch die ghule jetzt macht ich finde sie hätten dann irgendwo anders einen Ausgleich machen müssen eigentlich weil wenn man sich mal anschaut also wenn man sich mal so ja die overall winrate einfach anschaut von yorik ähm ja okay die spielen den sowieso gerade irgendwie so auf weiß ich nicht also er hat eine ganz normale 52% winrate wenn man alle ranks nimmt so im challenger mode hat er eine 50% winrate also der ist jetzt nicht so dass der alles komplett weg dominiert also weiß ich nicht ich finde es nicht so geil irgendwie aber okay er ist ein guter champion klar aber ja schauen wir mal wie sich das wie sich das auswirken tut ne ja wenn nicht muss ich halt umswitchen auf irgendwas anderes vielleicht dann doch klett oder sowas ausprobieren ne weiß es auch nicht jetzt ich ich weiß nicht aber ist egal ich glaube ich werde meine strategie halt trotzdem einfach komplett zwanghaft versuchen durchzuziehen wenn ich ganz ehrlich bin das ein ist das ist das ist das ist das das ist Vielen Dank.